Willkommen zurück bei Monkey Island und SkyBash guckt sich schon den Felsen an aber Ja dann zieh doch mal dran Er zieht nicht und er schiebt nicht Toll Es wird nicht weitergehen Ich weiß nicht Geh mal da hoch Das ist auch cool, die Bewegung. Jetzt mal die Felsen hoch. Hey, was ist das? Ach, ich bin ein Toothlot. Wie gesagt, ich bin ein Toothlot. Das ist mein Schiff. Ja, es ist eine schöne Schiff. Ähm... Ähm... Okay. Kann ich da irgendwas dran machen? Ich kann es nicht schieben. Es sieht aus, dass jemand das hier aufzunehmen hat. Okay, kann ich den also schieben. Okay. Wow! Sieht aus, wie es den großen Bananen-Tree auf dem Strand hat. Aber er muss gegen Sander unglaublich sein. Ja, cool. Genau richtig ausgerichtet. Na gut, dann gehen wir mal zum Strand. Tja, Glück braucht man. Äh... Ein Notiz. Mr. Toothrot. Bitte, das gefährliche Objekt entfernt. Lemonhead schloss ein Rock von dem Schliff über und knappe eine Passungsschiff. Oh. Die Cannibals. Ich kann hier malen. Sehr zivilisiert. Kann hier malen scheint mir. Äh... Wie komm ich hier jetzt eigentlich wieder weg? Wo kann ich hier weggehen? Warte doch grad... Ah! Geh zu Weg nach unten. Boy, sure it's hot here. Okay. Es ist hot. Warte. 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 Geh zu... Damm. Okay. Ein Damm steht hier also. Boah, der ist so langsam. Bei mir ist es nichts spezielles zu tun. Ich kann es nicht passen. Okay, denn er kann es nicht bewegen. Also, das ist wahrscheinlich noch nichts wichtiges. Vorerst. Verworte ich. Hört ihr mich überhaupt?! Die Musik ist sehr laut hier. Was getrocknet... Ach! Hier ist ausgetrocknet! Deswegen müssen wir den Dampf vermutlich. So, wir wollten runter zum Strand. Hört ihr mich überhaupt noch? Die Musik ist sehr laut. So, zum Strand. Hört ihr den Bananenbohr? Den Bananenbaum geht. Geier voll, mir scheint mir. So, oh, zwei Bananen. Wo ist denn der Stein jetzt? Aber dem Affen... Warte, im Moment habe ich jetzt zwei Bananen. Ja, zwei Bananen. So, gehen wir mal wieder. Ich gebe dir, glaube ich, nicht dem Affen, weil... Tja, ist halt einfach so. Weil der eben nichts gemacht hat. Und gehen wir mal nach Norden. Aber woher kommen wir überhaupt nach Norden? Können wir hier vorbei? Weiß ich jetzt nicht. Ne, der kommt nicht nach Norden. Wir kommen nicht an dem Ding hier vorbei. Musik ist wirklich extrem laut gerade. Ich spreche mal, was leiser machen. Ich muss mich hier wirklich ein bisschen lauter stellen. Das war ein kurzer Cut. Ich habe nur kurz Musik was leiser gemacht, damit man mich noch hört. Private Property. Wärmung ist verpflichtet, aber bitte nicht in die Monkey Head. Ich kann nicht davon einen mitnehmen. Ich kann nicht davon einen mitnehmen. Warum nicht? Ich kann nicht davon einen mitnehmen. Ich kann ihn nicht davon ausziehen. Ich kann ihn nicht davon ausziehen. Ich kann ihn nicht davon ausziehen. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Super. Ich kann es nicht verwegen. Okay, Quatschata. Stil. Okay, der hält das jetzt. Das scheint nicht zu funktionieren. Warum, das ist der zweitgrößte Monkey-Head, den ich je gesehen habe. Noch nicht. So, ich will mal da hinten drüber gehen. Ist hier irgendwas? Ist hier irgendwas? Der ist so langsam. Ah, aber so kommen wir nach da. Boah, hey. The trail end's here. Hey, nice spyglass. Looks just like... Say, where is my spyglass? Oh, perfekt. Ich bin fünf Minuten, und jemand kommt in hier und schützt gunpowder auf den Boden. Ich bin nicht so langsam. Natürlich, ich glaube, ich glaube, dass du nichts mit dem tun hast. Ich bin sicher, dass es nur ein coinciden, dass du hier kamst, um hier zu spüren, Ich dachte, diese Islande war nicht verabschiedet. Na ja, du bist falsch. Mein Name ist Toothrot, Hermann Toothrot. Ich bin hier. Du denkst, ich bin hier von meiner Gesundheit? Hoho, boi! Ich habe genug. Das scheint nicht zu funktionieren. Okay, Zeit haben wir noch. Boah, ist der Lamm sank. Oh, ich kann nochmal klicken, dann ist er schneller. Yay! Schön, dass ich das so früh rausfinde. So, auf zur Spalte. Kann ich das Island wieder mitnehmen? Oh. Ich kann das Island nicht mehr mitnehmen. Was kann ich denn machen? Zugeben. Keine Staple, die aus dem Weg truth. Das Seil kann ich auch nicht wieder mitnehmen. Ich dachte jetzt eigentlich, ich könnte das Seil hier wieder mitnehmen. Aber das scheint nicht zu klappen. Bedeutet, dass mir ein Seil fehlt. Vielleicht muss ich doch wieder zu dem Affen. Vielen Dank. Warum ist da eigentlich die Rinde mit? Folgt der Affe mir jetzt? Ja, so teilweise, ne? Folgt der mir denn jetzt wieder? Okay, er folgt mir nicht. Das ist doof. Vor allem, weil wir keine Bananen mehr haben. Können wir ihm die Kanonenkugel geben? Nicht, bis er runterkommt. Ich glaube nicht, er ist interessiert. Ich glaube nicht, er ist interessiert. Ich glaube nicht, er ist interessiert. Auf jeden Fall. Ciao.